So wird's ja gleich ein bisschen wohnlicher hier. So, das heißt wir versuchen es nochmal und danach werden wir uns nochmal schnell durch die Plantage kloppen, äh Baumplantage, damit wir genug Dingsbums zusammen kriegen. Holz. Ja, ich glaube die Rahmen so zack, 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 das ist doch das Schönste, was wir machen können, ne? Das ist Weizen. Yay! Kartoffel? Äh, Kartoffelschen und Möhrchen. Und dann muss das hier doch, Tatsache, es ist Möhre, wer hätte das geglaubt? So, das heißt dich kann ich hier wahrscheinlich erstmal wieder abhauen, dich brauche ich hier nicht. Aber vielleicht kann ich dich hier irgendwo so halbtarnend, halbtarnend mit eingebaut, ja, das geht doch schon mal. Vielleicht kommt er da auch noch hier unten, muss ich mal schauen. Erstmal geht's so, ach ja, Fackeln, Fackelmann und Söhne. Äh, wie machen wir das denn hier mal am besten? So. Ich hab keine Ahnung, ob das Lichtlevel hier reicht, was haben wir denn? Lalalalalalalalalalalala. Also sieben habe ich jetzt noch nirgends gesehen, selbst hier nicht, alles klaro. Schnell wieder aus, das muss ja keiner schenken, ne? So. Das heißt, die Nacht schlafen. Die beiden Möhrchen noch schnell weggepackt, dann schön pennen und dann geht's wieder ans Holz fällen. Yay! Damit wir das ja schnell fertig kriegen noch. Bäh. Die Untermieter machen wieder Party. Und jetzt schnarchen sie auch noch. Mann! geschieht euch recht so hey party man party people das ist immer schön so du gib mir mein gravier wieder her du bist du dieb Komm hierher! Klaut er mir in den Weg! Das ist ja... Hast du da Töne, du? Klaut mir dieser Schlawiner einfach den Gravel aus dem Weg raus. Nee. Das hab ich aber gar nicht gerne hier, ne? Ja, kann sie auch nicht. Ach komm, hier Zombie-Gedönse-Brain, weg damit! Den Rettsturm brauchen wir jetzt auch erstmal... äh, nicht die Karte, den Rettsturm brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Können ja wohl nicht alle. Und dann auch noch abhauen, diebische Elster! Na warte, mein Freund, wenn ich dich nochmal wiedersehe. Hier haue ich die Kronjuwelen aus und leuchte! Ja! Hast du da Töne? Jetzt bin ich jetzt mal wieder brummig und eingeschnappt! So! Mal gucken, wie viel werden wir denn da brauchen? Ich glaube, ich schlappe mich mal fröhlich durch. Wir müssen das eh, glaube ich mal, so ein-, zweimal machen. Vielleicht mal so eine nette Methode zukünftig. Kann ich einfach mal anfangen, hier so eine Aufnahme mit Holzkloppen. Hast du mich erschreckt, Schaf! Ich denke gerade, verdammt, was ist da denn jetzt? Boah! Äh, Holzkloppen, damit wir mal so ein bisschen Holz und Saplings, äh, vor allem Holz auf Lager kriegen. Saplings sind ja auch nicht zu verachten. Wenn wir hier noch so ein bisschen aufforsten wollen, können wir das natürlich anstellen. Oh, nö! So! Wenn dir erlaubt, so groß zu werden, Baum! Wir haben ja zu viel Hoffmannsfutterkalk bekommen hier, ne? So, komm! Rämms, Rämms! Und weg mit dem Holz! Äh, da lep! Oh! Ich erschrecke mich heute aber auch vor allem hier! Erster Schaf, dann die Flammen von Lager. von meinen eigenen Altaren, die ich da unten gebaut habe. Wopo! Neue Zuschauer könnten die ja vielleicht noch gar nicht kennen, weil wir da unten ja noch gar nicht rumgelaufen sind, vielleicht seit längerem. Werde ich vielleicht gleich mal machen. Geh mal runter, wenn wir uns hier durchgehauen haben. Ja, Schaf, grasst du mal fein. So! Ah, Zapplings! Zapplings! Plim, 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 plim! So! Ich glaube, die paar machen... Die... Ja, komm! Die vier gehen auch noch, habe ich gehört! Jamm, 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 jamm! Schön das Gemüse essen! Damit unsere Augen gut bleiben! Äh! So! Und zack, 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 zack! Rumpst die Maus und auf wie geht's! Hm, bin ja auch gespannt, wann ich es schaffe, bzw. wann ich es hinkriege mit dem Mods, mich nochmal auseinanderzusetzen. Wäre ja schön, wenn wir Forge vielleicht wieder reinkriegen, damit ich so das ein oder andere Möttchen mal ausprobieren kann. Da muss man schon... Ihr könnt ja auch mal Vorschläge machen. Welche Mods würdet ihr denn hier gut finden? Mit der Einschränkung, sie sollten nicht zu sehr ins Spielgeschehen eingreifen. Also irgendwie mit dem MG hier rumrennen oder mit so Taliban-TV-mäßig. Hehe! Wink mit dem Zaunfall, absolut geile Folge. Ähm... Ja, ist ja gut! Nee, also das würde ich dann doch nicht machen wollen. Aber ich würde das Backpack-Mod doch ganz gerne wieder haben. Joa... Enchanting Plus wollt ja nicht. Da muss man doch mal schauen, wie man das anstellt. Vielleicht zukünftig, ob man da auf Glück vertraut. So, jetzt geht's aber erst einmal hier unten im... Dabdabdabdabdabdabdab, was machst du denn hier, du Nase? Noch jemand? Kommt er! Traut euch! Hi, der Witzkar. Mann, 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 Mann. Mach mal hier, was rauskommt. Zack, zack, zack. Äh, wupp. Äh, wupp. Zack und zack. Zack, 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 zack. Na, damn. Und dann läuft ja einfach auf dem Skelett rum. So, hier ist ja unser Portalraum mit den sich bewegenden Fußboden. Mit den kleinen Feueraltaren hier. Ich hatte ja dann mal angefangen, irgendwann hier alles noch mit Erde auszukleiden. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich glaube, ich reiße die ganze Erde wieder raus und werde das mal mit Stein machen. Sieht bestimmt schöner aus. Und die, die länger dabei sind, werden jetzt wahrscheinlich am Schreien sein. Oh Gott, nein, Erhalt, willst du wirklich wieder rausreißen? Nein, keine Panik, nicht heute, aber morgen vielleicht. So, ach ja, Bäume wieder einpflanzen? Auf. So, Savian, jetzt machen wir wieder ein bisschen Schatten für dich, ne? Aber ja, die Setzlinge hier nicht auffressen. So. Ach, wie schön ist das, wenn es eingerahmt ist und man genau sieht, wo man die Setzlings reinkleiden muss. So, die nehmen wir natürlich auch noch mit. So ein paar kleine Weihnachtsbäume in der Hand. Oh, ist doch schön. Oder Schäfchen, ist das nicht? Nein, ist nicht schön. Es dreht sich um und will weglaufen. Ich habe gar keine Kettensee genannt. Was hast du eigentlich? So, wie geht's? Na, den Senkkarten. Hier muss ich auch irgendwann mal fertigstellen. So viel doch noch zu tun hier eigentlich. Schauen wir mal, schauen wir mal, was da zukünftig noch alles hier geschehen wird und geschehen kann. So, jetzt erst einmal. Wir brauchen ja die Steintren, ne? Wie machen wir das hier jetzt am besten? Also, wenn ich ehrlich bin, das Erste, was ich jetzt mal machen möchte, ist so, den, 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 den. Zack, 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 zack. So, und ich möchte zum Maximal hier beginnen haben. So, guck mal, gucken wir doch mal. Kicken wir mal. Vor allem, wie das dann hier wird. Hehehehe. Es reicht nicht. Es reicht natürlich nicht. Hm. Hm. Oder machen wir doch nur eine Eindertreppe? Das ist ja nur, um hier so ein bisschen runterzukommen, ne? Sagen wir dann hier so kleine Plattformen. Zack, zack. Kliniken. Oh, den. War so an einer Eindertreppe, nur um hier reinzukommen. Und hier dann vielleicht, ab hier dann die größere Treppe. So natürlich nicht. Oder nach hinten hin noch anbauen. Oh, 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 oh. Nach hinten hin noch eins rausziehen. Also, ich bin schon fast geneigt, das wirklich noch eins rauszuziehen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich mit euch. Ach, dann passt das hier wieder symmetrisch alles nicht mehr. Dann müssen wir zwei... Nein, das bleibt jetzt so. So, und das heißt, wir klopfen jetzt hier einfach noch Stufen rein, um gut ist. Hm. Blub, 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 blub. So, Klinika sieht doch schöner aus. So. Zack, 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 zack. So, guck mal, hier dann rum. So, wie gesagt, hier runter, ne. Sich hier nochmal schön den Kopf gestoßen und dann hier ganz lang. Zack, 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 zack. Guck mal, Klinik, oder? Ja, Klinik. Die kommen auch wieder raus. So, dann sieht das doch schon mal noch ein bisschen was aus hier. Ähm. Hallo, wo bin ich denn hier gelandet? Blub, blub, blub. Wo bin ich? Wer hat das hier gemacht? Ich war doch schon mal irgendwann hier. Keine Ahnung. Hatte ich den selber zugebaut? Okay. Ha, 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 okay. So findet man, äh, vergessene Schätze wieder. Oder Räume in diesem Fall. Und zack, 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 zack. Wumms, wumms. So, nochmal schnell die Koski. Hier so einen. Zack, zack. Ja, ja, ja. Es war hier so ein bisschen beengend, ne. Aber, hm. Muss halt sein. So, gucken wir mal raus damit. Wir brauchen also gleich auf jeden Fall noch Klinikenstein. Nein, wir haben keinen mehr. Wir haben keinen mehr. Wir haben keinen Stein mehr. Ba, 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 ba. Äh, ja. Erstmal Notfackel gesetzt, glaube ich. Zock. Machen wir das mal hier so da. Da, da, so. So, ist ja wenigstens so einigermaßen. Das war wieder schön mal das Knuspern hier. Knusper, 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 knäuschen. So, jetzt wollen wir nochmal hier. Zack, 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 zack. Da, wumms. Da, wumms. So, zack, zack, zack. Und hier und pack und zack. Und stufen. Und ich hoffe, die reichen erst einmal. Cleaning auf der Hand. Ah, Kammeligen, besser gesagt. Ja, es ist nachts. Das heißt, ich glaube, ich werde mich jetzt... Ja, ich schlage mich erst einmal wieder nach Hause. Bevor wieder hier irgendwas unschönes um die Ecke kommt und Rabumms macht. Bumms Report 2013. Live in Minecraft. Könnte man auch falscher stehen. So, komm, ups. Ja, republican. He, Spini, 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 Phe. Da hinten... Buh, 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 bЁ, bau, 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 bau. Ja, Zombie-Anter! Und jetzt noch gleich die Spinne noch Dead And the first So, hier mal Wir gehen, glaube ich, außen lang hoch Ha, ich's Popel, ich's Popel, yeah Heute hat sich hier nichts getan mit dem Feldweiter Alles klar, umsch Umsch, umsch, umsch So Nein So, hops Na, ist egal, weg sind sie Was soll denn das, was soll denn das Junge, 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 Junge So, so sieht's doch gut aus So, so So, so So, so